So. Habe ich jetzt auch die Szene gewechselt? Ja, habe ich gut. Ja, Schlagherr zu, ist okay. Und warum zum Geier habe ich in meinem Player bei meinem eigenen Stream Quality Options? Was zur Hölle? Wo kommen die her? Das ist sehr interessant. Das ist sehr, sehr interessant. Okay. Wir gehen jetzt der Frage nach. Oh, mein Mikko steht total falsch. Obwohl ich könnte einfach... Stuhl, please, bitte, danke. Okay, so. Nee, noch nicht ganz. Jetzt. Okay. Wir gehen jetzt der Frage nach. Wo ist der Turm hin? Hm. Mal eherere Optionen. Fakt ist... Wer zu irgendwas connectet, sehe ich das von hier aus? Da unten ist der... Das heißt, wenn ich hier runterfahre... ...habe ich vielleicht... ...das Glück, dass die unten connectet ist. Und ich nicht mehr über die Kathedrale laufen muss. Was der Fall ist. Nice. Ich kann mir die Kathedrale also sparen. Ich glaube nicht, dass das an den 5 Viewern liegt, Sophie. Ich hatte schon mehr als 5 Viewer. Und da hatte ich es ja auch nicht. Also... Gerade strange. Die Frage ist, will ich da gerade aus? Eine weitere Frage, die ich mir stelle... ...wo sind meine verdammten Seelen? Das machst du nicht. Okay. Machst du halt. I don't care. Fuck. Klar, ich hau dreimal daneben, oder was? Was? Gargoyle-Hellbade. Das sieht so falsch aus. Okay, und wer erklärt mir jetzt, wo meine Seelen sind? Jetzt mal, no joke, wo sind meine Souls? Sind die oben? Weil ich bin hier gestorben. Genau hier. Liegen die jetzt da oben, oder was? Ich schwör, das Spiel versteckt manchmal einfach meine Seelen, und ich weiß nicht wohin. Und das macht das Spiel ziemlich gerne. Okay, pass auf, wir drehen jetzt nochmal das Ding hier. Und gucken mal, ob meine Seelen oben liegen. Oh, es geht noch weiter runter. Interessant. Aber hier sind meine Seelen auch nicht. Vorrichtung bewegt sich nicht. Ach so, weil ich von der anderen Seite drücken muss, um wieder hochzukommen, richtig? Aha, alles klar. Ich will jetzt erst meine Seelen suchen, bevor ich hier weiter latsch. Klar, die liegen hier oben. Warum? Warum liegen die hier oben? Das macht null Sinn. Das ist totaler Blödsinn. Das ist totaler Blödsinn. So. Da in die Richtung ist das Bonfire. Ganz unten ist ein Bonfire. Was passiert denn, wenn ich jetzt die Treppe runtergehe? Ist die auch connected? Oder ist hier gar nichts? Aha, die Treppe ist hier unten connected. Das ist nice. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Wenn Ravi was von dem Bonfire schwa... füllt... Oh, okay. Das ist das untere Ende der Kathedrale. Da hinten ist das Riesenbild, richtig? Da hinten ist das Riesenbild. Dich habe ich gehört. Noch weiter unten. Okay. Das Ding ist, ich glaube, dass ich mit diesen Dingern den Turm auf meine Ebene rufen kann. Bin mir aber nicht sicher. Ich will es jetzt auch nicht probieren. Okay. Wenn ich nach unten will, muss ich so rumdrehen, richtig? Nee, so fahre ich hoch. Ja, ich bin doof. Ist okay. So, das heißt jetzt nochmal drehen. Und dann runterlaufen zum Bonfire. Wenn da eins ist. Okay. Wenn der Ravi sagt, da ist eins, dann ist da eins. Ich traue dem... Alter, nicht. Sonnenerstgeborene. Okay. Was haben wir da für einen Ring gekriegt? Verstärkt Wunder. Gut, dass ich so viele Wunderbesitzer und benutze. Damit du da durchdringst, brauchst du den Mondring. Den habe ich aber nicht. Brauchst Ring. Aber ich habe schon mal den Sonnenring. Dann fahre ich das Ding jetzt eine Etage hoch. Mein Gott. Ich fühle mich so lahmarschig gerade. Ich weiß nicht warum. Ich fühle mich nur Progress. Zum Beispiel, ich mache super langsam Progress. So, und dann will ich jetzt erstmal... Wo will ich lang? Von da... komme ich von dem anderen Bonfire. Das heißt, ich will es erstmal dahin. Gucken, was da ist. Das sieht schon nett aus mit zwei Viechern da. Ich korrigiere, da ist auch noch eins. Ich habe hier was gehört. Willst du eigentlich ins Bild? Früher oder später? Ja. Aber dafür müsste ich ja an der... Oh, shit. Eins, zwei. Ich weiß, dass ich ins Bild nur mit Priscilla's Door komme und die kriege ich... Okay, ihr kommt einzeln. Das ist nice. Ich bin gerollt, aber okay. Fucking Stored Roll. Okay, der andere kommt jetzt auch. Okay, der andere kommt halt direkt hier runter. Fuck. Okay, triggern den Attack. Zuschlagen. Wegrollen, weil der andere kommt. Links ist der Schmied. Aha. Das war gut zugeschlagen, Junge. Das Einzige, was ich an meinem Schwert nicht mag... Mein Schwert hat einen ganz komischen Sweetspot. Jetzt komm, schlag doch zu, Mann. Mit irgendwas anderem, bitte. Okay. Der Dings brauche ich anscheinend irgendeinen Schlüssel. Was ist los mit dir? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay. Was? Durch Vorrichtung verschlossen. Ich höre die Viecher doch. Wo sind die? Okay, ich habe auch gelernt, mit zwei Händen sind die One-Head. Hallo, Buffalo... Wing... Moment. Ist das Buffalo Wingate? Ist das Buffalo Wingate? Okay. Kriege ich euch einzeln? Nur einer von euch, bitte. Nicht beide. Die klingen wie Mieze-Katzen. Wow, du hast nette Range. Und du bist ziemlich agil. Na, komm noch ein Stück hier hoch. Okay. Ich könnte halt auch da, ich weiß halt gerade nicht, wo ich lang möchte. Kann ich hier lang? Ne, weil die Tür wahrscheinlich zu ist. Haha, ich kann es ja nicht aufmachen. Cool. Gut, shit. Geht's hier lang? Nein. Nein. Okay, wir müssen da lang. Die Passage ist ultra fun, Kappa B. Okay. Safe Streets. Ich möchte nur den triggern. Okay. Das war easy. Das ist ja nicht irgendein fliegender Dämon oder so, der Flügel hätte. Nein, Quatsch. Was haben wir hier? Nix.